Ich sehe ein bisschen abgefuckt aus. Macht doch nichts draus. Ich muss meine Cappy richtig aufsetzen. Ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Aus der Badewanne, wo ich kaum rausgekommen bin. Ich habe hier... Ich habe was mitgebracht. Ah! Mein Exoskelett. Ich bin sogar zu dumm, um Urlaub zu machen. Ich habe es nicht mal... Zweimal Urlaub gemacht und zweimal... ...komplett verschissen. Ich kriege es nicht hin. Ich sollte nie wieder gehen. Die Arztrechner muss bezahlt werden. Ja, ich könnte später mal raten, was der Hubschrauberflug gekostet hat. Das war mein erster Hubschrauberflug in meinem Leben. Ich habe nicht viel mitgekriegt. Aber wir können nachher mal raten, was der Hubschrauberflug gekostet hat. Nicht so günstig. Na gut, ich verrate es euch. Ich musste für den Hubschrauberflug... 30 Kilometer... Nein, stimmt gar nicht. 30 Kilometer wäre es mit dem Auto. Es war nur einmal über den Berg rüber. Der Hubschrauberflug, der 10 Minuten gedauert hat, kostet 6.500 Euro. Autsch!